Oh ja, Dankeschön! Aber wir haben Philipp Die Kay Ja, wieso? Was war denn los? Die Carries leben doch nur Ist so Fokus Nasus Bester Plan, den man machen kann Die A-Rever ist Aber das war auch so random Shit von Felix Flash Wie Ja, Mann, das war Ich hab' auch vom Klick sah einfach mal alles, was da YOLO Klappt ja mit Z Halbwegs Einfach mal alles geklickt, was blinkt Wobei, ich erinnere dich an unseren Ranked Z gestern Wo man Oh ja, oh shit, Philipp Oh shit Oh shit Ich hab's schon verdrängt, aber jetzt hast du mich wieder dran Ich kann doch nicht so schnell verdrängen, das war legendär Ja, Mann Du musst wissen, als Set fokust man generell mit der Oli das war am meisten Leben hat Ja, so'n Fettenschock hast oder so Fokus Ja, perfekte Assassin, Alter Und wenn ein Lowlife auf einen zukommt, man Fulllife auf den Zug rennt, weicht dann aus Er hat so gut als Asciner gespielt, dass er, er hat wahrscheinlich irgendwie so Roleplay gemacht als Assassin Und deswegen hat er so gut gespielt Ja, ich hab mal mit dem Feuerwerk auf, wenn das nervt Ok, in 190 Sekunden können wir das nochmal machen Na gut, das waren wir Du bist ja nicht so lange hin Was sagt denen das? Den Drachen? Oder was? Neee, Flash-Ult wahrscheinlich Hier oben Flash-Ult Die Annie-Kombo Kombo-Romba Ich nehm ja kurz mal den Gnade da unten Oh, ich hab Frozen Heart Ich will nur nicht, dass die sehen, dass ich backgehe Giant's Welt wird jetzt aus nem, äh, Crystal gebaut Wow, Felix, wann warst du das jetzt immer an? Genau wie die Kettenrüstung aus der einfachen gebaut wird Wahrscheinlich vor zwei bis drei Monaten oder so Da hab ich ein Spiel vielleicht gemacht Wow Ich hate this game, mate Der macht aber richtig viel Schaden, der Gnade, ne? Ja, wir können jetzt fighten Vom Schnellback und rein Ich glaub, die wollen mich Will doch nicht Na denn Wenn du sie stunn kannst, ist sie tot Nee, warte kurz Fuck, mach ich nicht Ich verlebt diesen Weg Weg Okay, ein Try Ich finde, ich komme, wir machen Tenter Ich mach Tenter Ich mach Tenter Das ist der Topf Da kommt Ari Da ist der Kopf Oh, sie ist tot, oder? Oh, sie ist tot, oder? Oh, Kali, komm her Rainer Kallmund Was? Rainer Kallmund Skill vor Kalista confirmed Flasch Flasch Oh, die muss Hallo Ich wusste nicht, dass sie mit ihrem, ihrer Fass even über Wände kommen kann Was ist das für ein Bullshit Bullshit Champ halt Gnauer kommt von der Seite Soll er doch von der Seite kommen Pam Ich hätte gerne, dass er weg geht von mir Gnauer Pam Ult mich Ich Er ist gleich Wetter genommen Er kommt, er kommt, er kommt als Wetter genommen Ich hab Ult Ihr mich ultet Ich hab Ult Ich muss das live stealen Obwohl live steal Ich probier mal was aus Oh, wow! Skill oder was? Ok, ich hab ein bisschen mehr nicht leben Hey, Leute, wir, wir, auf, wenn wir hart kommen Kann ich sagen Geist der Gesicht gut auf ihm, oder Shuri, der ist besser? Sure Geist der Sicht, wenn du live steal hast Geist der Sicht ist doch, dass ich, äh, ich hab live steal, mein W ist doch, heilt mich auch, und dann erhöht das doch Was muss ich noch was Hier sind 3 Blue, oder? Ja, den hol ich einfach Wann ist er ja unter Blue auch mal wieder da? Du hast doch... Da ist doch einen, du! Geier Junge, der ist doch gleich weg! Fuck! Da ist er gleich uns Hallo! Hallo! Neh mal bitte Red Du willst zu mir, oder nicht? Nehmen bitte mal Doch! Das will ich mit dem Red Fuck! Wenn's der Carry haben kann Kein einziges Mal gestorben, der Eindruck? Noch! Nicht! Ja, mein, mein AD Carry, der, ja? Ich bin schnell Könnt ihr euch mal ne Scheibe von abschneiden? Ich bin schnell Könnt ihr euch mal ne Scheibe von abschneiden? Ich bin wieder nur am Feeden, Tobi Keine Sorge, warum mein ich auch? Ja, du hast aber... Fünf ist noch neutral, alles über fünf ist schon Geht Vielleicht wird er doch noch mehr wahrscheinlich kassieren Aber dafür tanke ich ja Oh, ich hab mich verklickt Scheiße Das war R und nicht der 4 Knopf Ich wollte auf 4 wegen des Schmuckstücks drücken Und drück auf R Hat sie noch Ult, oder hat sie eben Ult? Ich weiß Wieso hat Kalista... Achso Okay, sie hat den Hurrikan Deshalb Natürlich hat die Hurrikan Ist er OP, oder was? Ja, auf ihr auf jeden Fall Ähm Bye bye Das baust du auf ihr immer Hurrikan ist übertrieben zur OP auf ihr Wusste nicht, ich hab keine Ahnung Nee, du baust auf ihr Hurrikan Und dann halt Dann kann sie halt bei allen raus Das ist richtig geil Da geh ich Nein Ja, macht mehr Ult Ist klar Ari Ult raus Äh, Hörbeck Ult raus Denn Klinge des gestürzten Königskarfs Die haben nichts mehr gemacht Lala Matt Alter, 4 Meine Verkauf Ich hab keinen Smite dabei Oh shit Drake, mach mal Drake Die haben nichts mehr Ich hab keinen Smite dabei Okay Egal, die haben nichts mehr Die Ari hat keine Ult Der Wobik hat keine Ult Die Frage ist doch, wer kommt Steh Ich hab Q Ja, das ist im Prinzip wie so ein Smite eigentlich schon Oh mein Gott Oh mein Gott Vor allem wenn man AD hat Ham Du musst mal Crit nass zu spielen Oh, ich ist immer wohl im Dschungel Adolf Critler Was soll ich Soll ich mir Infinity oder Bluetooth selber bauen? Das ist ein klein Nicht da oben, nicht da oben rein Ach, Bluetooth, Infinity bringt ja nicht so viel Ja Nur Infinity ist nicht so gut Also wenn du Phantom 3 Ich hab ja noch, ich hab ja noch Crit Ah ja, du hast ja schon Ich hab ja noch 10% Er bringt noch 10% Er bringt noch 10% Und Bluetooth, äh, und Infinity auch noch 20 Dafür haben wir noch ein bisschen wenig Der Champion macht voll viel Spaß Oh mein fucking Gott Wenn du packst, kriegst du 10 HP hatte er, läuft Ist halt, wenn du hinten bist Ist es scheiße mit Rengar Weil du nichts machen kannst praktisch Ich sag gleich 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 Oh Gott Oh Gott Kommt zu euch hoch Ja Da ist ein Blauer Die kommen hoch, sagst du Simon. Hello Ich will den Gib Max an den So ich hol mir Bluetooth da das war geil 40 prozent lifestyle plus geisterte ich nie achten es glaube ich irgendwas was ihr und damals ja alter das eiskalt 120 prozent so behindert ich finde der neue blut ist das heißt also man muss nicht mehr angst haben dass man die sex ja ich weiß schon drei jahre her am geilsten war matriz und madrid auf wartet wartet bis ein ding kleines wartet einfach aber dann kriegen sie den turm wie sie kriegen das spiel man steckst du hat mich wochen gibt man Junge, ganz ehrlich, wie hat er seine Ult schon wieder gehabt? Wie gesagt, die gibt irgendwo im Sonderangebot. Der hat sie eben gerade benutzt und dann macht er die nochmal. Wenn er 40% Abgrundsleid hat, hat das nur... Hat das 30 gekutzt oder so? Nee, 42 hat das. Pam! Oh nein, 1200 Schaden! Boom. Oh nö, die lebt ja auch mal. Nein, nein. Komm mal los. Der verwandelt sich. Da hat sie vielleicht. Egal. Ich hab... Wenn mein Tibbers tot ist, oder wenn mein Tibbers stirbt, habe ich 5-10 Sekunden später noch einen. Gah! Weg, weg zum Erleggen mit einem Kuh! Wut? Weg, 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 weg. Ich will ja nicht sein. Nein. Geweckt. Nein. Nein, lass mich in der Ruhe. Lass mich in der Ruhe! Lass mich in der Ruhe! Oh nein, du! GiletteDrVD, ich weiß nicht, wer ihr seid. Amenak, und... fuck, ich hatte gar keine Ahnung mehr. Das ist mein Messer, Bruder. So werde ich dich abschlechen, Bruder. Boote, äh Holy shit Maus got stuck Tello you go flow 3, 8, 5, 0, numero Oh, die haben Baron Geht auf die Kalister Geht auf die Kalister Geht wie Ari Alter, ohne Spaß, ich kann nix machen Hä, was hast du gemacht Felix? Junge, ich krieg nen Charm in die Fresse und dann lauf ich erstmal 7 Stunden nur in Richtung Ari Haben ihn jetzt Ja, höchstwahrscheinlich Ja, haben sie, guck, den genau konntest du ihm angucken Da hat 3 Scheiß Puschel Creepsfinger ist nix besser Kein besser farm Aaaaah Drachen JK Faggot Wir dürfen ihn grad nicht, ja sie machen ihn nicht Warwick ist oben, sie müssen treffen Look at my damage Look at my damage Okay, geht so Gegen dieses Drachen und mich Oh geil, Drachenmovement Oh, nice farm Phillip Geht so Ich will mehr Der Schlag müsste jetzt über 1000 Schaden machen, ne? Ja, 1200 gegen das Kick hier grad Alter, 666 Jetzt nicht mehr Schade Hätt ich aufhören sollen Ich bin immer noch nicht voll, das nervt mich Leute, ich werd jetzt richtig auf den Syfran gehen Aber ich hab Syfran aus Warum, mate? Warum? Because your damage is shit That's why My damage is shit You are shit Fucking feeder, faggot 2-6-Z Hero Ja Ja I'm not Äh